Liebe Sympathisanten der AfD und Parteifreunde der AfD, Sie haben uns gewählt, wir arbeiten in den Parlamenten. Und diese Arbeit, die wir in den Parlamenten leisten, die wollen wir jetzt auch nach außen tragen und wollen das zeigen. Und deshalb fordere ich Sie auf, am 27.05. hier nach Berlin zu kommen und an der Großdemonstration der AfD teilzunehmen. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank.